Wir laufen. Ohne Plopp. Ohne Plopp heute. Ohne Plopp. Kein Bier vor vier. Ist nämlich der früheste Podcast ever. 10.08 Uhr an einem Montagmorgen. Zeller hat Urlaub. Ich bin ja eh mal im Dauerurlaub. Ist das bei mir egal. Ja, aber um 10 Uhr morgens verzichten wir dann doch mal aufs Bier. Außerdem, wie hast du gerade so schön gesagt, wir wurden jetzt schon ein paar Mal angeschrieben, wann dann der nächste Podcast kommt und sonst was. Ich habe dann immer geantwortet, wir waren im Urlaub. Eigentlich war es ja gelogen, weil wir haben kein Bier mehr. Genau. Doch wir haben noch vier Flaschen, glaube ich. Die werden wir das nächste Mal verwenden. Ja, kurzes Update. Ich bin gerade schon angefangen. Wir waren, wie gesagt, oder ich war im Urlaub. Du warst beschäftigt, jobmäßig. Hast dir großen Sport angeschaut. Gut. Ganz großen Sport. Ganz großen Sport. Ich muss den Teller ein bisschen lauter machen. Der redet wieder so leise. Hallo. Ah, da ist er. Da ist er, da ist er. Genau, ich war zwei Wochen im Urlaub in Namibia und habe mal komplett alles, nicht alles an Internet, aber so viel wie es geht, zu Hause gelassen. Und habe mich mal zwei Wochen erholt. Deswegen habt ihr auch von uns nichts gehört. Wir haben auch keine Videos irgendwie oder Podcasts vorproduziert. Das haben wir vergessen. Ja, wir hatten auch eigentlich wenig Zeit davor und wollten auch einfach mal so ein bisschen Pause haben, ein bisschen Gedanken zu machen, was wir jetzt dieses Jahr noch so machen. Und wir hatten das ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass wir so ein bisschen den Channel umstellen wollen, dass wir jetzt nicht so jede Woche drei Videos, das haben wir eine Zeit lang echt gut geschafft, machen wollen. Weil wir gesagt haben, nee, wir wollen eher größere Projekte machen. Und da kommen wir ja gleich drauf, was jetzt noch ansteht. Ist ja auch gut angekommen. Wir haben es ja schon einmal gemacht beim letzten Mal, wo ich jetzt den Plan durchgezogen habe. Die Sachen wollen wir halt noch mal ein bisschen schöner, größer, mit mehr Aufwand machen. Dazu ist mir eigentlich auch ein Gefallen, wie unfit bist du nach 30 Tagen Pause. Das könntest du jetzt auch machen. Das könnte ich jetzt auch wieder machen, genau. Müssen wir eigentlich nochmal wieder einen Test machen. Wahrscheinlich bin ich wieder auf Ausgangsniveau. Ja, du bist ja schon wieder viermal Rad gefahren. Ja, stimmt. Ich bin jetzt die letzten vier Tage wieder zu Hause viermal Rad gefahren. Perfekt. Ja, das ist, da bin ich schon wieder vier Tage in, aber kein Mal Hit. Nur Lit. Lit. Nee, ging nicht. Ja, wegen Johnny. Wegen Johnny. Ja, stimmt. Ja, der, das können wir ja ganz kurz auch nochmal hier sagen, haben ja wahrscheinlich viele mitbekommen. Der hat leider auch, man muss mittlerweile fast sagen. Der hat den Sanders gemacht. Ja, die typische Triathletenverletzung. Ja, ein Haares oder ein Bruch im Kreuzbein. Das ist leider, ja, wir wissen nicht warum. Wir werden jetzt auch hier nicht wild rumspekulieren. Wir müssen, er muss es vor allem akzeptieren. Und er ist ja schon wieder im Aufbau, in der Reha-Phase. Und eigentlich, wenn ihr wissen wollt, wie es ihm geht, müsst ihr nur die Sanders-Videos gucken. Die beiden sind nämlich im Austausch. Wahrscheinlich machen die das Gleiche. Ja, 200 Watt. 200 Watt, zwei Stunden. Ja, genau. Für die zwei wahrscheinlich mega hart. Ja, ja, vom Kopf, ja. Richtig langweilig. Ja. Ansonsten, ja, aber Afrika war bei dir gut, ne? Ja, mega. Also, unfassbares Land Namibia, die Weite. Aber das Einzige, was ich natürlich vermisst habe, das habe ich dir auch schon gesagt, du sitzt da halt nur im Auto und fährst unfassbar lange Strecken, guckst dir was an und sitzt wieder im Auto. Und deswegen war ich jetzt auch hier und bin wieder vier Tage hintereinander Rad gefahren, weil die Bewegung echt gefehlt hat. Aber, ja, wie gesagt, nicht zu lange über den Urlaub reden, sondern was wir noch so vorhaben hier, das interessiert euch nicht so. Genau, Sebastian hat schon gesagt, wir wollen den Kanal ein bisschen, ja, nicht umstellen oder jetzt etwas groß ändern, sondern mehr Projekte machen, wie jetzt das ich, wo ich den Trainingsplan durchgezogen habe, wo ihr teilweise das auf Instagram mitverfolgen könnt, wo es da ein großes, längeres Video drüber gibt. Wir haben ja noch ein Video oder zwei Videos noch in der Pipeline. Eins ist schon fertig gedreht, da fehlt nur noch so ein bisschen der Abschluss. Und zwar haben wir euch auf Instagram gefragt, was wir testen sollten auf der Radbahn für euch, aero-mäßig. Das haben wir alles gemacht. Uns fehlt nur noch die Auswertung. Das Ganze haben wir mit Benja zusammen gemacht. Der ist aber in Heidelberg gerade und hatte noch ein bisschen was zu tun in letzter Zeit. Ja, der hat noch seinen Startexamen gemacht. Genau, der hat das so vorgeschoben. Der Herr Lehrer. Das heißt, der war komplett ausgelastet. Und wir haben einfach keinen Termin gefunden, um ein Video zu machen für die Auswertung nachher im Endeffekt. Und das wird aber jetzt auch in nächster Zeit kommen. Da geht es voran. Und dann haben wir ja nochmal einen großen Schuh-Test quasi wieder geplant, was Sebastian schon mal mit dem Simon David Müller, da ist er wieder, mit dem Trimark zusammen gemacht hat. Also sprich, nochmal den neuen Nike-Schuh gegen ein paar andere Schuhe testen und zwar diesmal bei uns selber und machen darüber ein Video und schauen mal, ob wir das eben so, wie es bei Simon war, reproduzieren können von den Ergebnissen, wie es da aussieht mit Laufökonomie. Also live wieder mit Video, mit Spiro, mit Laufband und genau, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Das wird, glaube ich, auch wieder ein geiles Video. Ja, genau. Also Berlin, das war ja wirklich eine nette Sache, dass wir da von Berlin, äh, von Nike eingeladen worden sind. Von Berlin eingeladen worden. Ja, wir sind von der Stadt Berlin eingeladen worden. Ne, das können wir ja auch, sagen wir ja ganz transparent, dass wir von Nike da eingeladen worden sind. Und da den Schuh schon mal ein bisschen testen konnten und haben den jetzt zugeschickt bekommen und möchten den dann auch jetzt mal im Labor testen, weil nur das ja für uns auch irgendwie so als Science-Channel hier auch wichtig ist, das auch mal zu überprüfen. und sind wir schon sehr gespannt. Ich kann nur sagen, es ist nochmal ein deutlicher Schritt irgendwie, eine Verbesserung, fand ich. Ja, ich hatte ihn ja noch nicht an. Die hatten ja meine Größe nicht. Ja, genau. Das war ein bisschen blöd. Aber so das, was sie, die Gedanken, die dahinter stecken, sind gar nicht jetzt so Richtung noch mehr, ja, es heißt ja the next percent, aber das war eher so das Motto des Ganzen. Es geht ja vor allem darum, den ganzen Schuh besser zu machen. Und das haben sie meiner Meinung nach schon geschafft, aber das kommt alles im Video. Das sehen wir dann im Video, genau. Es geht ja auch um Kurvenverhalten und sowas. Das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Genau, genau. Ja, wenn ihr euch erinnert, genau, das hatten wir mal in dem Podcast mit dem Simon auch besprochen, dass die Norweger ja überlegen, welchen Schuh sie wann wo tragen. Genau das hat Nike jetzt scheinbar gelöst, den vier Prozent nämlich ein bisschen kurvenfreundlicher zu machen. Ja, dann hatten wir über Instagram schon aufgerufen, dass wir jetzt diese Woche den Drei-Stunden-Podcast machen für eure langen Läufe, weil die stehen jetzt spätestens an. Und, Entschuldigung, und dafür brauchen wir noch ein paar Zusendungen von euch. Das heißt, ihr könnt folgendes machen. Ihr nehmt einfach euer Handy, euer Smartphone, macht eine Sprachaufnahme oder ein Video von euch. Geht auch über Facebook. Geht auch über Facebook, ja. Meinst du? Kannst du es runterladen dann? Kann ich. Hat der Uwe doch auch gemacht. Das habe ich dir schon weitergeleitet. Okay, okay. Das kam über Facebook. Okay. Also ihr müsst dann uns über irgendwas schicken, aber besser nicht über Instagram. Ich glaube, da geht es nicht. Das wird dann wieder gelöscht, ne? Keine Ahnung. Ja, also macht es über Facebook, E-Mail. Ich weiß aber auch gar nicht gerade, ob ich das runterladen kann über Facebook. Das muss ich nochmal überprüfen dann. Am besten nehmt ihr es auf über das Handy und schickt es uns per E-Mail. Ja, das ist wirklich nicht schwer. Sprachnotiz oder Video, das ist egal. Der Nick kann dann aus dem Video die Audio rausfiltern. Schickt uns einfach eure Fragen. Oder auch, wenn ihr einfach mal mitlabern wollt, irgendein Gelaber. Denn in diesen Drei-Stunden-Podcast kommt das dann rein. Da helft ihr uns ein bisschen, diese drei Stunden zu füllen. Ja. Wir haben ja immer schon ein Problem bei einer Stunde. Ja, wir werden auch ein, zwei Gäste dazu haben noch. Und ja, also schickt uns einfach was zu an triathloncrewcologneatgmail.com. Genau. Das schreiben wir auch gleich nochmal unter dem Podcast hier auf YouTube. Und ja, was ihr fragen wollt, könnt ihr uns da fragen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Und das wollte ich auch noch sagen, nämlich davor, wenn ihr noch weitere Ideen habt, auch ihr seid ja immer sehr, sehr gut und schickt uns Sachen zu, die euch interessieren. Manchmal sind es natürlich so wirklich Mini-Kleinigkeiten, über die es nicht lohnt, ein Video zu machen. Also jetzt auch eher wieder größere Sachen, Science in Practice. Worauf habt ihr Bock, dass wir noch so Videos machen wie, Nick, trainier doch mal für die Tour de France oder so. Was könnt ihr auf jeden Fall schreiben? Das möchte ich nicht. Sebastian, trainier doch mal. Das meine ich. Ja, okay. Du bist ja als nächstes dran eigentlich. Kann ich schon mal sagen. Also wir haben ja darüber gesprochen, was wir machen. Willst du es schon vorwegnehmen? Einen Punkt kann ich ja schon mal davon vorwegnehmen. Also ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch einen Triathlon machen, wenn mein Körper hält. Ich möchte den Kadaver nochmal durchbewegen in dem Triathlon. Und das wird vermutlich dann im September der Köln-Triathlon sein. Da sind wir mal gespannt. Sprint-Distance. Oder Smart-Distance heißt das. Ich habe auch überlegt, sonst zur Not machen wir ein Video, wie man, ja so einen, ja wie nennt man das am besten, ein komplett neues Forschungsvideo, wie transplantiert man eine Achillessehne am lebenden Objekt bei Sebastian. Wenn es nicht hält, weißt du, dann bauen wir bei dir da irgendwie, keine Ahnung, gucken wir mal ein Gummiband oder irgendwas da rein. Ja, so ein Haushaltsgummi, ne? Ja, gucken wir mal. Experimentieren wir mal rum. Achso, und noch eine Sache zu diesem Podcast, diesen drei Stunden. Wenn ihr sagt, ah, meine Stimme irgendwie im Internet möchte ich nicht hören, also geht uns ja auch immer so, könnt ihr uns auch die Fragen einfach auch nochmal per Mail schicken oder hier unter diesem Podcast in die Kommentare schreiben. Aber wir fänden es cooler, wenn ihr auch mal Teil des Podcasts wärt sozusagen mit eurer Stimme. Das wäre auf jeden Fall cooler, wenn ihr uns eine Sprachnachricht oder wie gesagt ein Video schickt, wo wir dann die Audiospur rausnehmen und ganz zur Not gehen auch Textnachrichten, da nehmen wir dann aber nur die guten. Genau. Da wählen wir dann aus. Ansonsten, ja, Saison bisher, also jetzt war ja gestern ja Kraichgau, Heilbronn war schon, Challenge Samorin heißt es ja. Ja, genau. Also viele Rennen waren schon, was war für dich so ein Augenmerk, was hast du gesagt, worüber das war alles besonders? Ja, was ich krass fand, war gestern auf jeden Fall Samorin. Warum? Einfach nur, wir waren ja, wir waren gestern Radfahren, ich habe immer zwischendurch mal den Livestream einfach angemacht und guckt, wie es steht. Und dann geht Kiene als Achter auf die Laufstrecke irgendwie mit zweieinhalb Minuten weg und dann dachte ich, ja, okay, krass, das Ding holt er auf jeden Fall nicht. Dann bin ich irgendwie drei Stunden später zu Hause, gucke, mit Kienlegen im Interview, denke ich so, ja, haben sie nochmal interviewt. Dann habe ich es gar nicht weiter beachtet und meint, schrieb die Hohen mir irgendwann, ey, der hat es noch gemacht. Ja, das war wirklich krass, ne? Und da dachte ich, was, nee, das muss ich mir angucken, wie hat er das denn noch gemacht? Und ich hatte irgendwo zu einer Zeit reingeschaut, wo in irgendeiner Verpflegungsstelle der von Rudi van Berg, dem Sebastian gerade ein paar Meter weggelaufen ist, und dachte ich, ah, okay, komm, kannst ausmachen, jetzt rennt er den weg, das war es. Ja, Fehleinschätzung meinerseits. Wie war nochmal, wie heißt der Holländer oder Belgier? Hemerik, Belgier, ja, Peter van Hemerik. Ja, also kann den mal bitte irgendjemand vernünftig aufs Rad setzen, dann fährt der noch schneller. Also die Posi ist nicht gut, leider. Wird jetzt vom Lubasch trainiert, ne? Ja, schon länger, schon länger. Ah, okay. Ja, schon länger. Ich glaube schon seit drei, vier Jahren. Ah, krass. Ja, ich weiß nicht, ob der noch berufstätig ist. Ich glaube, der ist oder war berufstätig noch. Krasser Typ. Ja, da so ein Brett hinzulegen, ist nicht verkehrt. Das ist unfassbar, ja. Also der hat dann wirklich richtig geiles Rennen gemacht und ich war felsenfest überzeugt, dass er das Ding macht. Ja, einfach mal den Kopf runternehmen, dann gewinnt er das Rennen. Zehn Watt weniger. Ja. Nee, aber ich meine, Sibi auf jeden Fall, das ist für mich auch schon so ein Comeback quasi. Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen. Vor allen Dingen halt, ich hatte dann ja im Kopf, klar, Achillessehnenverletzung, der ist noch nicht wieder da, wo er mal war. Auch läuferisch, kann er ja gar nicht. Und dann macht er das Ding noch. Also das fand ich schon richtig, richtig geil. Ja, auf jeden Fall ein schönes Zeichen, dass der wieder so richtig zurück ist. Bin gespannt. Er ist ja pessimistisch für Frankfurt. Er hat gesagt, ja, es reicht noch nicht. Er ist zurückgehalten in jedem Interview, weil er schon selber nicht wusste, wie es hält. Aber mal gucken, was jetzt die Interviews sagen nach Samorin. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der ist eine 1.11 gelaufen auf dem Kurs, mit Gras und irgendwie Trabrennbahn und keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich eine 1.10 flach oder was dann auf Asphalt. Aber es war interessant, dass er gesagt hat, ja, auf dem Rad meinten alle, ja, toll, wie du dich zurückgehalten hast, taktisch. Er meinte, ja, es ging einfach nicht. Und das ist ja auch etwas, was man häufig beobachtet, wenn es am Fahrradfahren nicht läuft. Beim Laufen geht es dann meistens nochmal. Warum auch immer, kann ich auch nicht beantworten. Also das wäre reine Spekulation. War aber sehr interessant zu sehen. Ja, absolut. Also das war für mich so ein Highlight. Und ich meine, wir kennen ihn schon länger. Buschütten und vor allen Dingen Heilbronn. Ja. Da hat der Sebastian auch den Herrn 10 Punkte mal kennengelernt. Jetzt, jetzt, achso, ja. Mr. 10 Points. Jetzt 12 Punkte. Ah, er hat sie noch 12 Punkte. Genau. Nennst du den eigentlich ab jetzt auch immer so? Nee, nee, nee. Ah, schade. Ich nenne den immer Rubinho. Rubinho. Der Rubinho, ja, ja. Ja, Ruben C. Punke wird demnächst auch hier mal im Podcast auftauchen, denke ich. Spannender Kerl, den ich jetzt seit einem guten halben Jahr trainieren darf. Finde ich sehr sympathisch, sehr zurückhaltend und hat, glaube ich, viele Leute in Deutschland überrascht. Es war dann wohl sogar so, dass der Herr Frodeno nach Buschütten dem Herrn Kienle eine Nachricht geschickt hat und gesagt hat, pass auf, in Heilbronn, da ist jemand an der Startlinie. Auf den solltest du aufpassen. Ach, krass, echt? Ja, ja, da war wohl so. Und von daher, nee, Ruben werdet ihr hoffentlich noch viel von hören. Sehr sympathischer, junger Kerl, ehemaliger Radprofi. Das wollen wir jetzt aber gar nicht zu viel darüber erzählen. Das kann er nämlich alles mal selber erzählen. Genau. Aber dass er sehr gut Radfahren kann, hat er ja jetzt mal eindrücklich in Buschütten, so wie auch in Heilbronn bewiesen, würde ich sagen. Und da haben ihn, glaube ich, ganz viele Leute auch von euch schon mal gesehen oder kennengelernt jetzt und sich gefragt, wer ist das und wo kommt der her? Jetzt ist das schon mal ehemaliger Radprofi, das heißt, es ist nicht von ungefähr, dass der schnell Rad fährt. Und ich kann sagen, wenn ihr wüsstet, was der trainiert pro Woche, würdet ihr alle anfangen zu heulen. Wirklich. Dazu dann aber auch mehr Insights erst, wenn er hier ist. Genau, ja, das machen wir alles mal in Ruhe. War auf jeden Fall sehr spannend und ich kann sagen, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, muss man jetzt aber auch sagen, haben wir gerade gesagt, er ist ehemaliger Radprofi, das heißt, der hat auch schon mal beim Rad ein paar Kilometer mehr gefahren. Ein paar Kilometer hat er schon. Das kannst du jetzt auch wieder nicht so vergleichend sagen. Hier, der trainiert wenig. Nee, 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 aber zum Beispiel im Laufen. Ja, okay. Also, gut. Wir lassen es einfach mal offen besprechen. Und der schwimmt seit einem Jahr und kommt als, ich weiß nicht, Dritter oder was war es, der Heilbronn aus dem Wasser. Ja, das wird halt spannend. Ja. Wie weit kommt er da beim Schwimmen ran? Das wird das Entscheidende sein. Aber das machen wir dann. Das machen wir dann. So, was waren deine Highlights? Ja, ich hatte eigentlich, also klar, Sebi fand ich super, Ruben für mich persönlich war natürlich klasse, Heilbronn war insgesamt ein cooles Rennen irgendwie, hatten wir viele Leute am Start. Ansonsten hatte ich noch kein richtiges Highlight, weil irgendwie sind sich alle dieses Jahr so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Das hat ja Frodo ja auch gesagt. Er hat ja fest damit gerechnet, dass im Kraichgau der Patrick auch am Start ist. War er nicht. Der ist in Kirchbichl gestartet. Wo auch immer das ist. Irgendwo in Österreich. Ja. Und von daher konzentriert sich jetzt eigentlich alles auf Frankfurt. Was ich ziemlich geil finde. Also ich bin echt gespannt auf das Rennen, weil das Feld ist unfassbar krass. Und vor allen Dingen, es ist ja so, dass die ganz Top-Jungs da vorne alle schon oder sehr, sehr viele qualifiziert sind. Und ich glaube, das Rennen wird geil vorne. Aber die Plätze wahrscheinlich drei bis zehn werden so hart umkämpft sein, weil es da um Kona-Slots geht. Und da bin ich mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich echt noch auch dann nachher um Platz vier, fünf, sechs, sieben irgendwo richtig harte Fights geben. Ich kenne ein, zwei Jungs, die sind da schon sehr, sehr heiß. Die, die ich trainieren darf, die können kaum noch schlafen. Wann ist es endlich soweit? Ja. Aber da habe ich richtig Bock drauf. Gar nicht, klar, wer gewinnt sonst was, das, was es immer ist, das ist cool. Aber ich habe diesmal richtig Bock auf Frankfurt mit dem neuen Qualifikationsmodus zu sehen. Weil das ist ja das erste Rennen, wo es wirklich mal ein paar mehr Plätze gibt. Ja, wohl, bei Brasilien gab es ja auch schon. Ja, und wer war in Brasilien am Start? Ja, so ehemaliger Radprofisar. Ja, Hans und Dampf. Ja. Also, das ist jetzt mal, klar, gibt es auch ein paar mehr Plätze. Aber jetzt ist das erste Rennen, wo es ein paar mehr Plätze gibt und ein geiles Feld. Jetzt geht es mal um die Sache endlich. Ja, genau. Ich meine, da muss man eins sagen, kann man ja sagen, was man will. Aber ich meine, bis Frankfurt ist die Saison ja immer so ein bisschen dahin geplätscher. Es wird hier und da mal gezeigt, was man kann. Aber am Ende des Tages weiß jeder, auch von den Jungs da vorne, ein Sieg in Heilbronn oder Kreichgau. Das bedeutet vielleicht mal in dem Moment selber etwas. Aber im Grunde langfristig bedeutet das fast nichts. Also, ich meine, Kreichgau jetzt, wenn man das Feld gesehen hat, das war ja auch Frodo oder nichts. Parallel hat Samorin noch, ne? Und ich meine, das ist jetzt nicht respektierlich gegenüber einem Patrick Dix, den ich auch schon seit Ewigkeiten kenne. Super prima Kerl. Richtig gerade, das war für mich auch noch ein Highlight. Da habe ich mich gestern auch mega drüber gefreut. Da habe ich mich auch gefreut, ja. Dass der dann noch auf Platz zwei gelaufen ist, richtig, richtig, richtig groß. Aber wenn du mal siehst, jetzt was die großen Jungs angeht, Frodo hat ja ein sehr einsames Rennen leider gemacht. Ich glaube, der Franz Lürsch hatte irgendwie Schaltungsprobleme. Gestern in der Story, wie heißt der denn noch, bei der Helle, Frederiksen. Der Mann hat die Story übernommen, hat dann eine Story gemacht. Second male on the run course. Und dann kam Lukas Schwoit. Und dann Frodo is already another zip code. Ja. Okay. Ja, gut. Das kann man ja mal zitieren. Das war wirklich eine andere Liga. Das trifft es ganz gut. Also, das war krass. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Also, Sebi und Frodo, die werden sich, glaube ich, dieses Jahr gut pushen. Und dann, wo Patrick jetzt steht, kann man noch gar nicht so wirklich sagen. Also, die Rennen, die er bisher gemacht hat, waren eigentlich kaum aussagekräftig. Waren sehr solide, auf jeden Fall. Ja, Kirchbichl hat er gewonnen. Ein paar Sekunden vom Thomas Steger, der ja auch ein gutes Rennen hatte in, ach, wie heißt es denn noch, wo der Franz Löschke jetzt gewonnen hatte. Ja, ja. 40.3. St. Pölken. St. Pölken. Ach, Mann. Genau. Also, der ist, glaube ich, auch fit. Also, der musste sich schon strecken, der Patrick, glaube ich. Das war nicht so einfach da, das Ding zu gewinnen. Also, der wird auch nicht schlecht drauf sein. Aber klar, in Frankfurt sehen wir es das erste Mal. Ja. Sehr gespannt, ja. Ansonsten, nee, also bei den Frauen gab es jetzt auch jetzt nicht die Überraschung. Natürlich schade mit Laura, mit der Verletzung jetzt. Da weiß man ja eigentlich, also, weißt du, was die jetzt genau hat? Ich nicht. Das ist so ein Staatsgeheimnis mal wieder. Aber gut. Ja, ist auf jeden Fall schade. Ich glaube, das wäre auch spannend gewesen jetzt, was sie in Rot hätte machen können. Aber das zeigt dann wieder, es ist halt ein schmaler Grad im Leistungssport. Ja. Und, naja, drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass sie dann rechtzeitig für Hawaii, da ist sie ja schon qualifiziert, wieder fit wird, ne? Genau. Ja, das wäre, täte dem Ganzen auf jeden Fall gut, eine Laura da zu haben. Ja, auf jeden Fall. Aus deutscher Sicht sowieso. Nicht nur aus deutscher Sicht, auch hoffentlich dann mit der Anne und so vielen Mädels wie möglich, da der Daniela irgendwo ein bisschen Konkurrenz bieten können, dass sie dann nicht ein einsames Rennen fährt. Und dann haben wir auch da drei deutsche Frauen, die auf jeden Fall alle podiumsverdächtig sind. Ich glaube nach wie vor, dass man Daniela Rief auf Hawaii momentan nicht schlagen kann. Ja, es wird auf jeden Fall schwer. Aber ich freue mich über jede, die näher rankommt. Absolut, ja. Das tut dem Rennen nicht so gut. Kann ja auch nicht sein, dass da mal eine so weit vorne weg ist. Achso, was ich gestern noch spannend fand, das wurde noch gar nicht so stark berichtet, ist ja jetzt ein Trend. Patrick Weiß, der erste letztes Jahr, der nochmal so neue Extensions hatte. Sebi hatte gestern auch neue. Sehr interessant. Der David McNamee, der hat auch welche schon seit längerer Zeit jetzt. Lucy Charles auch. Ja, also das wird jetzt so die nächste Sache. Die sehen alle gleich aus. Die sind alle von einem ähnlichen Hersteller. Ja, es gibt ja so in England, in England gibt es so einen Hersteller jetzt, der die standardmäßig herstellt. Also jetzt nicht so wie bei Patrick mit 3D, Alu, Druck, Tralala, ich weiß nicht. Bin da nicht so drin. Das war ja Formel 1 Technik irgendwo. Ja, ja, von sauber. Von sauber, genau. Ja, jetzt ist das ja die nächste Sache, alles 3D drucken zu müssen. Ja gut, aber dann ist natürlich auch wieder das, was wir immer sagen. Aerodynamik ist natürlich, macht dich schneller, aber du musst es auch fahren können. Das ist ja auch immer die Geschichte Aero versus Comfort. Du musst da den Mittelweg finden. Und ja, weiß ja mittlerweile, jeder wird glaube ich genug drüber geredet. Und jeder weiß, es geht nicht darum, so tief wie möglich zu gehen, sondern du musst das Ding 180 Kilometer durchfahren und dann noch einen Marathon laufen. Da braucht man nicht mehr drüber reden. Ja, also die Frage, ist Aero wirklich everything? Nein, auf gar keinen Fall. Ja klar, und das ist natürlich auch das, vielleicht durch diese wirklich angepassten Aerobars kannst du halt vielleicht nochmal ein bisschen den Kopf länger unten halten und liegst einfach gemütlicher auf der Kiste. Die Druckverteilung ist besser und du kannst deine Aero-Position länger halten und ist ja einfach beantwortet, die Frage. Also das wird definitiv Sinn machen, gar nicht aus dem Aspekt, jetzt wie es dann bei Patrick gesagt wurde, oder mitgesagt wurde, dass weniger Angriffsfläche, da haben sie ja im Windkanal getestet und haben nochmal 0,00001 Watt oder was auch immer rausgeholt. Was auch immer, ja. Was viel wichtiger ist, ist, denke ich mal bei diesen Custom-Mate-Sachen, dass die Position länger und besser gehalten oder mehr Komfort in der Aeroposition da ist, so um das abzukürzen und das bringt dir dann am Ende des Tages natürlich die dreifache Leistung, wie selbst wenn es 5 Watt sind, mehr Komfort in der gleichen Position, dass du es erhalten kannst, der Kopf unten ist, bringt dir deutlich mehr als irgendein kleines Anbauteil, was nochmal ein Watt spart. Absolut. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir oben noch gar nicht irgendwie was gemacht haben, großartig. Und da werden wir jetzt nochmal dann demnächst, aber auch jetzt nicht mitten in der Saison, sondern mal bei so einem Mid-Season-Break mal ansetzen. Ja, was steht sonst noch so an bei uns? Ihr habt den ja bei dem letzten Video, was auf dem Channel ist, mit der Diagnostik, den Lukas, den habt ihr kennengelernt. Wir haben da ja schon mal was so angekündigt. Ja. In dem Video. Und es ist jetzt soweit. Wir wollen ja dieses Jahr sowieso mehr so ein Laufspecial machen. Das seht ihr ja schon, wenn wir jetzt so Schuhe testen, demnächst kommen Marathon-Trainingspläne. Du, da wurde ich auch, da wurden wir ganz viel nachgefragt, wann die denn jetzt endlich kommen. Wir sind kurz vorm Abschluss. Ja, also da werden wir jetzt schon sehr, sehr zeitnah ein Video zu machen können. Genau. Und dann sogar auch differenziert für verschiedenste Zeiten. Genau. Und alles in Zertifikat, was für jeden was dabei ist. Also wir haben da ein paar Orientierungspaper dazu. Also das ist, wie ihr euch von uns kennt. Alles sehr wissenschaftlich wieder. Und das wird sehr, sehr cool. Ich denke, das werden wir jetzt, das Video können wir jetzt wahrscheinlich diese Woche noch fast abdrehen. Und dann sind wir da auch soweit. Und Lukas muss dann, und Freddy auch, die machen ja so eine Wette. Ihr kennt den Frederik ja auch. Der war auch in dem Video ganz kurz zu sehen. Ja. Der hat nicht gesehen, dass die Kamera läuft. Und ja, die beiden laufen den Köln-Marathon. Und dann schauen wir mal, wie weit die, also ob und wenn. Oktober, für alle, die es nicht, es ist erster Sonntag im Oktober, glaube ich. Oder? Ja. Ja, ja. Nee, nee, Oktober. Und dann wollen wir mal sehen, wie weit, oder ob und wenn ja, wie weit die unter drei Stunden kommen. Ja, Lukas muss das ja, das hat er jetzt gesagt. Ja, ja. Und Freddy sollte das ja. Er hat schon, er hat eine 2,40 oder 2,40 oder 2,40 da stehen. Ja, das ist ja 20 Minuten über Bestseite. Das wird ja peinlich, wenn er es nicht schaut. Easy, easy, easy. Ja, also das wird das nächste Projekt. Lukas wird nach unseren Plänen trainieren. Ja, aber Lukas ist das Problem, er ist ja Radsportler. Genau. Und er ist halt diesen. Mit Laufen hat er nichts am Hut. Diesen Impact, den ist er halt nicht gewohnt, ne? Also gerade über 42 Kilometer und da, das wird jetzt diese große Aufgabe bei ihm sein, diese Belastungsverträglichkeit der unteren Extremität, also der Fußgelenke, der Sehnen und Bänder hinzubekommen, dass er da verletzungsfrei bleibt. Und das war, also was ich eben noch sagen wollte, was für mich eigentlich jetzt schon Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß jetzt auch, kann mir denken, dass du es jetzt weißt, nach dem Satz. Was für mich eigentlich ein Highlight bisher war, waren die vielen coolen Zuschriften, die haben ja auch teilweise gepostet, aber nicht alle, die ihr uns geschickt habt, weil ihr jetzt so zufrieden wart mit den Trainingsplänen, dass ihr nicht verletzt wart wie die Songs davor. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr cool. Es geht ja nicht immer nur um Leistung, sondern auch einfach um verletzungsfrei Spaß, mit viel Spaß die Sache zu betreiben. Und das hat mich richtig motiviert, die Sache weiterzumachen. Ja. Das war so richtig, richtig cool. Und dass ihr da überhaupt auf die Idee kommt, dann uns eine Nachricht zu schreiben und dann so, ja, so einen Dank auszusprechen, das zeigt mir auch sehr, sehr viel. Und da bin ich happy, dass wir so in der Community kommunizieren können. Also vielen, vielen Dank dafür und das motiviert uns eigentlich hier wirklich immer noch mal, was können wir noch besser machen, welchen Plan können wir mal machen, welches Thema können wir mal ansprechen, welches Thema müssen wir vielleicht nochmal ansprechen. Also das fand ich überragend. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, zeigt auch nochmal wieder genau das, was wir natürlich auch schon oft gesagt haben, aber was man nicht oft genug wiederholen kann. Es kommt nicht darauf an, wenn ihr jetzt besser werden wollt, über eine ganze Saison oder generell besser werden wollt, dass ihr einfach euren Trainingsumfang erhöht oder mehr Hit trainiert oder sonst was, sondern dass ihr strukturiert das Ganze aufbaut, dass ihr mit geringem Umfang, geringeren Intensitäten anfangt, euch langsam rantastet. Und in dem Kommentar, den Sebastian gerade angesprochen hatte, war es so, dass er gesagt hat, die letzten Jahre immer Zipperlein und konnte sein, also von Anfang bis jetzt sein Trainingsvolumen durch die Trainingspläne verdoppeln und hat keine, keine Probleme. Und das zeigt ja eigentlich, dass wenn man dazu fähig ist, ein Trainingsvolumen über einen Saisonverlauf zu verdoppeln, keine Probleme hat, dann wirst du besser und zwar automatisch. Dann ist sogar scheißegal, ob du zwei, drei, acht, zwölf Mal Hit trainierst oder nicht. Wenn du das einfach über eine Saison so konstant durchziehen kannst, ohne Probleme zu haben, dann wirst du einfach eine geile Saison haben. Ja, und ich meine, die Sachen, also die Leistungssteigerungssachen, die kamen ja eh mit, meine FTP sind sowieso viel Prozent gestiegen. Ja klar, aber da kann man ja immer sagen, das ist kurzfristig, das hat man ja bei mir jetzt gesehen, das war jetzt bei mir natürlich nochmal, also da hat der Plan halt richtig gezündet, aber allein wenn man sieht, okay, meine FTP ist um 20 Watt gesteigert, das kann ich ja in vier Wochen erreichen, indem ich mir vier Wochen in die Fresse haue. Wenn ich das jetzt aber natürlich über eine Saison durchziehe, dann weiß ich auch, bin ich irgendwann spätestens krank oder auch irgendwann mal verletzt, wenn ich es übertreibe. Aber das ist ja das, was uns viel mehr bedeutet, dass es halt über einen Saisonverlauf, und das war einer, der dann alle drei Pläne gemacht hat. Oder noch dran ist. Ja, noch dran ist, was dann im Endeffekt 36 Wochen sind, was ja ein richtig langer Zeitraum ist. Und wenn man das konstant durchzieht, dann bist du auf einem ganz anderen Level, als wenn du mal einen vier Wochen Block-Trainingsplan machst. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war super cool und die größte Motivation, die ich glaube die letzte Zeit zu erfahren habe. Ja, gerne mehr davon. Ja, also schickt uns das, also das könnte, das geht runter wie, wie sagt man? Öl. Öl. Ich wollte schon Butter sagen. Wie warme Butter. Mit der Rainer Kallmund jetzt sagen. Mit ein bisschen Lett. Ich schenke dir morgen ein warmes Päckchen Butter. Schön in die Trikotasche. Ja, ja, ja. Also Marathon-Pläne kommen. Lukas muss den Marathon laufen. Nike-Test hatten wir eben schon angesprochen. Hatten wir angesprochen, genau. Und den Ero-Test, der Benja, wie gesagt, muss dann mal aus Heidelberg hier hochkommen. Und dann haben wir das Thema auch durch. Die Auswertung im Film, genau. Da sind auch geile Sachen rausgekommen, können wir jetzt schon mal vorweg nehmen. Und auch viele Sachen, die ihr einfach umsetzen könnt, ohne einen Ero-Test zu machen. Also das heißt, da könnt ihr wieder viel, viel auch mitnehmen. Einmal generelle Sachen, einfach Verständnissachen und auch so Kleinigkeiten, wo ihr einfach sehen könnt, okay, manche Sachen, um aerodynamisch besser zu sein, sind die einfachsten und bringen am meisten. Das können wir schon mal so vorwegnehmen, um nicht zu viel zu sagen. Und darum ging es ja auch. Da kamen ja viele Fragen zu auch. Ja, ansonsten, da wollte ich ja fast schon sagen, das waren auch sehr viele Zuschriften oder viele Kommentare. Nick, dein Handy. Oh, mein Handy geht. Den muss ich später anrufen. Ei, Mann, ich probiere es hier arbeiten. Wie ist es denn überhaupt auf laut? Nee, das ist auf laut los. Ach, das Computer hat geklingelt dahinten. Ah, okay. Da muss man Flugmodus machen. Ja, also viele Zuschriften, die auch kamen oder viele Kommentare waren, Leute, es geht nicht, ich brauche noch so ein paar Socken. So, und dann haben wir gesagt, ja, ist ausverkauft. Und eigentlich haben wir gesagt, wir machen jedes Design oder vor allem dieses Design nur ein einziges Mal. Aber dann haben wir das so zwei, dreimal geantwortet. Zwei, dreimal? Ja, das war jetzt höflich ausgedrückt. Wir haben es eigentlich fast jedem geschrieben, der uns das geschrieben hat. Und die Reaktionen von der anderen Seite waren immer so ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz so verständnisvoll. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir uns jetzt hier einen Shitstorm nach dem anderen reinholen, die kommen nochmal. Die kommen nochmal, aber ein bisschen später, erst kommt nochmal ein anderes Design. Genau, erst kommt noch ein anderes Design, weil in Silence, die haben ja jetzt die Jungs sich überlegt, ja, unsere Socken sind schon ganz cool. Und ich bin ja, du weißt, der größte Sockenkritiker überhaupt. Bist du. Ich fand die schon sehr gut zum Laufen, aber sie bringen jetzt nochmal einen Laufsocken raus und die wird es dann auch von uns geben, aber in einem anderen Design. Und später wird dann nochmal das sozusagen alte Design für die Radsocken, in denen ihr aber auch laufen könnt, auch noch rauskommen. Ich habe nur mit Alex schon besprochen, wir müssen halt die, die kommt, nee, wir machen es nämlich nicht so. Die kommt doch anders. Doch anders. Ach ja, ich weiß, sag nochmal. Wir müssen die Seite der Farbe wechseln, weil da haben wir auch nicht überlegt. Das Weiß war halt auf Kettenblattseite. Ja, genau, genau. Also da, wo dann mehr Spaß war. Ich habe mal die Leute, als ihr euch angeschrieben habt, aus Spaß geschrieben, ja, damit die schneller dreckig wird und ihr noch eine kaufen müsst. Aber dann waren die natürlich ausverkauft und das hat nichts mehr gebracht. Ja, den Schuh müssen wir uns anziehen. Wir haben das Weiß auf die Kettensaatweite gemacht. Haben wir nicht drüber nachgedacht, weil wir uns halt nicht so oft die Max-Hürzeler-Anfänger-Tattoos holen, wie ihr anscheinend. Alles Amateure, ja. Ja, also das heißt, wer Kettenblattstreifen auf seinem Socken hat, sollte nochmal ein bisschen Radfahren üben. Es gibt auch Socken, die sind komplett weiß, ne? Ja. Was macht man dann? Naja, gut. Ja, also die kommen nochmal. Der Tiss ist auch raus. Ja, aber Seitenverkehr dann sozusagen. Aber ihr könnt ja auch andersrum anziehen, wie ihr wollt. Dass ihr euch Tattoos machen könnt auf der schwarzen Seite. Ja, also ihr seht dann, also Socken kommen. Dann kamen ja ganz, ganz, ganz viele und das freut uns natürlich auch, weil das, viele wissen das ja auch, dass wir ja auch so, ja, Trilon-Einteiler machen, Aerodynamik-Einteiler machen. Und die wird es auch demnächst im TCC-Design geben. Yes. Finally, inklusive auch noch einem Fahrradtrikot und einer Fahrradhose. Also sozusagen könnt ihr dann demnächst komplett zugepflastert mit TCC Fahrradfahren, Sport machen. Vor allen Dingen wir können das endlich. Ja, das ist das allerwichtigste. Deswegen machen wir es eigentlich. Ja, deswegen machen wir es eigentlich in einer kleinen Stückzahl. Und ist alles bestellt und quasi in der Produktion gerade schon. Und es wird wahrscheinlich, diese Woche kommen die erste, nächste Woche, nächste oder übernächste Woche sind die Dinger da. Aus Bella, Italia. Aus Bella, Italia, genau. Alles aus der Stoff- und Sportmanufaktur da oben bei Mailand. Genau. Bergamo, die Ecke. Ja, wo sie alle herkommen und wo sie alle sitzen. Genau, dazu machen wir dann auch nochmal ein Video, damit ihr auch alle wisst, was so läuft. Und last but not least, ihr habt es schon mal vielleicht auf Instagram gesehen. Wir haben so sehr coole Hoodies produzieren lassen. Die gibt es demnächst auch. Vielleicht bringen wir die aber auch nur mit nach Rot. Ja, ich wollte gerade sagen, die haben wir ja bewusst nicht irgendwo in einem Shop angeboten. Weil da haben wir nur 50 Stück von und da haben wir ja selber schon ein paar von weggenommen. Das heißt, die Stückzeile... Ich glaube, ich nehme mir noch einen zweiten auf jeden Fall auch. Ja, das müssen wir definitiv machen. Nicht wie bei den Socken. Die bringen wir mit nach Rot. Ja. Also wer einen Hoodie haben will, der muss nach Rot kommen. Und ich glaube, T-Shirts auch. Der muss nach Rot kommen. T-Shirts auch? Ja, wenn die rechtzeitig fertig werden. Wenn du die mal bestellst. Ich? Ich spreche nichts Deutsch. Du hast doch gesagt, du wolltest zu H&M gehen, schwarze T-Shirts holen und dann wolltest du doch mit einem Edding-Weiss-Tries-Long-Cru-Cru-Long draufschreiben. Genau, und dann für den zielfachen Preis verkaufen. Und handsigniert. Ja. Von Sebastian Zeller. Sebastian Zeller-Design. Ja, design by. Wer das will, kommentieren. Kommentiert H&M. Ja, kein Problem. Können wir machen. Die Frage ist nur, wenn du das damit in den Graub schreibst, ob überhaupt wer lesen kann, was da draufsteht. Oder ob das aussieht wie abstrakte Kunst. Ne, ich habe eine sehr feine Handschrift. Ja? Ja, ja. Ich nicht. Mein Vater ist ja Ingenieur, der schreibt immer so mit Druckbleistift. Das habe ich mir abgeguckt. Bei dem kannst du auch drei Seiten weiter noch lesen. Ja, das ist bei mir nicht der Fall. Gut, dann haben wir es ja richtig. Du musst die T-Shirts dann beschriften. Ja. Mit dem Druckbleistift. Ja. Da steht da drauf. Musst du es mal richtig lesen. Ja. Ne, also da freuen wir uns natürlich auch noch. Ach so, ja klar. Wir sind ja in Rot, das haben wir schon mal gesagt. Haben immer noch kein richtiges Rahmenprogramm da auf die Beine bekommen. Ne, wir haben immer noch keinen Plan, was da überhaupt passiert. Also wir werden, aber was war schon, was ja wahrscheinlich. Also Felix, Niki Bock und so. Was machen wir da? Ihr sagt es doch nein. Wer von euch plant denn endlich? Was wir auf jeden Fall machen werden, ist ein Live-Podcast sozusagen. Das haben wir schon gesagt. Ja. Das heißt, es gibt da zwei Stühle. Könnt ihr euch dazusetzen. Ne, drei Stühle. Wir beide. Oh. Und dann könnt ihr euch dazusetzen. Das ist eine geile Idee. Wir könnten so ein Open Mic immer in Rot mit dazunehmen. Also noch, weißt du, wir setzen uns da hin. Ja, ja, so habe ich es gedacht. Na geil. Hast du mir noch nicht erzählt? Doch. Ne. Nicht? Ne. Doch, doch, doch. Da habe ich dir schon mal erzählt. Da habe ich wieder nicht zugehört. Ja, das kommt öfters vor. Ja, 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 ja. Was? Herzelah. Ist gut, ist gut. Auf jeden Fall. Und eure Fragen stellen. Und gehört euch auch auf eure Fragen stellen. Also in Rot sind wir, also ich bin das ganze Wochenende dann da. Also bis Sonntagmittag. Das Rennen kann ich mir leider nicht komplett angucken. Bist du? Du bist dann auch da, ne? Ich bin da. Ja. Und Frankfurt bin ich auch am Main zumindest. Also morgens werde ich es nicht schaffen. Ich habe noch nicht geplant. Wie? Du schaffst es nicht. Du musst ja nur nachts aufstehen und da hinfahren. Ich bin sogar schon in Frankfurt. Ja, dann schaffst du das doch. Naja, ich kann Bock drauf. Ich bin davor, ich bin die zehn Tage davor. Faul ist es auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin beruflich vorher zehn Tage in Minsk bei den Europaspielen. Ah, okay. Und ich glaube, dann komme ich samstags wieder und dann werde ich erst zum Main Ufer. Gehe ich noch schön frühstücken und dann komme ich zum Main, setze mich da in irgendeinen Café. An die Laufstrecke. An die Laufstrecke. Hopp, 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 hopp. Schneller, los, auf geht's. Looking good, looking good. Looking good. Ja, genau. Nee, ich glaube, morgen da zu diesem Langener Waldsee oder wie das da heißt. Langener Waldsee. Ist das relativ weit, oder? Von der Innenstadt? Nee, das geht. Also, wenn du dein Fahrrad mitnimmst, dann sind wir da rückgezogen. Nee, kann ich nicht. Oder hier, deutsche Bahnrad leihen wir uns aus und dann fahren wir da rüber. Oh, nee. Da hast du auch mal Frühsport gemacht. Das ist total früh. Guck mal, vor dem Frühstück, da ist dann direkt eine Runde Lid-Nüchtern-Training. Oh, nee. Dann fahren wir zurück und dann, wenn wir auf der Radstrecke sind, dann haben wir uns schön irgendwo Frühstück mit den Wams voll und nehmen wir ein iPad mit und machen einen Livestream an und dann gehen wir an Main runter und gucken das. Ja. Also nur, wenn du auch da bist. Ja. Ich komme. Soll ich dann, wie heißt das Hotel dann Frankfurt-Edenstadt? Soll ich dann noch ein Zimmer mieten? Welches? Das High-It? Nee, Interconti oder was? Das Race-Hotel. Das Race-Hotel. Nee, da sind mit so vielen Triathleten. Da waren wir noch Party. Zimmer-Party. Da gehen wir ziemlich immer noch über die Flure nachts. Ole, ole, ole. Die andere Rezeption, Entschuldigung, wo sind denn die ganzen Profis untergebracht? Auf welchem Stock hier? Stock 8, ah, sehr gut. Ole, ole, ole. Mama, lauter. Das würde ich auf jeden Fall richtig feiern, ey. Ah, da kommt er durch, der kleine Assi. Oder Wegranruf machen. Guten Tag, Herr Frodeno. Hier Wegranruf. So an der Rezeption anrufen. Morgens. So, Hallo hier, Frodeno, können Sie mich heute Nacht um drei wecken? Nee, drei Uhr wecken. Um zwei wecken. Um zwei. Um drei, steht man doch eh auf. Sind wir nicht damals um drei aufgestanden? Drei, halb vier. Das war 2011. Drei, halb vier. Außerdem, wo ich da aufgestanden bin, war ich, ich habe eh nicht geschlafen. Wann bist du denn? Ja, ich auch nicht. Ich habe so Schiss gehabt. Ab dem Fall, wann bist du denn in Frankfurt denn aufgestanden? Du hast dann da nochmal teilgenommen. Ja, aber da war ich entspannt. Da war ja alles egal. Viertelstunde zum Start. Da wusste ich ja, ich konnte vorher zehn Wochen nicht laufen und so. Das war, da war alles, ich bin ehrlich gesagt, das war im Stefan Zelle, da sind wir, mussten wir noch vorm Start im Neo den Strand runterrennen, über die Balustrade springen und als wir über die Balustrade gesprungen sind, waren schon die Ersten im Wasser und es war zum Glück Rolling Start. Dann sind wir zu spät gewesen. Ich weiß, was wir machen. Wir lassen einen Weckanruf machen bei Frodeno und sagen, viele Grüße vom Herrn Kienle. Viele Grüße vom Herrn Lange. Oder andersrum. Das wäre mir auch nicht schlecht. Ja, das ist, äh, ein bisschen Stress hier. Ein bisschen Stress provozieren. Die Triathlon-Hooligans hier. Nein, das können wir natürlich nicht machen. Nee, machen wir nicht. Das ist sowas nicht. Seriös. Also wirklich nicht. Nee, 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 nee. Also wenn ihr wisst, auf welchem Stock die sind, sagt uns Bescheid. Ja, ähm, gut, also Frankfurt abgehakt. Wenn ihr noch eine bessere Idee habt, wie man Frankfurt gucken sollte, könnt ihr uns das auch gerne mitteilen. Ganz kurz noch, am Sonntag sind wir auch am Start in Bonn. Ja. Am Start, wir sind vor Ort, wenn wir so. Bonn-Triathlon. Bonn-Triathlon. Absolut einer der geilsten Veranstaltungen. Kann man nicht offenbar sein. Wenn ihr Sonntag eh noch trainieren wollt oder so, dann kommt, fahrt die lange Radtour nach Bonn, trinkt, trinkt euch da eine Cola, isst ein Stück Kuchen. Ist immer eine coole Veranstaltung, sollte man auf jeden Fall unterstützen hier im Rheinland. Und den Ruben könnt ihr auch nochmal live sehen. Den Ruben könnt ihr in live und Farbe sehen. Genau. Wie er das Siebengebirge platt fährt. Da waren gar keine Berge. Meinst du die Asphaltblasen dazwischendurch? Genau, hat der Marcel Wüst mal gesagt. Ja, ich bin platt gefahren. Und es wird, glaube ich, gar nicht so einfach für ihn, weil es waren jetzt schon viele Rennen. Ja, definitiv. Und viele Eindrücke. Und der Kerl hat ja auch noch eine Ausbildung gerade zu absolvieren. Ja, wollte ich gerade sagen, der arbeitet ja auch noch nebenher. Und von daher muss man da mal gucken, wie das jetzt läuft. Aber klar, das wird schon nicht verkehrt sein. Trotzdem geil. Bonn-Triathlon ist immer gutes Wetter. Immer. Immer? Ist unglaublich. Weiß nicht, wie sie es machen? Ja, weiß auch nicht. Die haben einen Vertrag. Ja. Hoffentlich läuft er noch. Ja. Habt ihr eine Verlängerung? Ja, ja. Und da unten Laufstrecke am Rhein. Super. Richtig schön. Also fahrt mit dem Rad hin, kommt passend zur Laufentscheidung, zieht euch das rein. Das Einzige, was halt nicht so geil ist, ist halt wirklich, nach dem Schwimmen weißt du eigentlich nicht, was passiert. Also wer das hier von Bonn-Triathlon zuhört, macht doch einfach mal irgendwie was von der Radstrecke. Ja. Und wenn es irgendwo Spotter sind, die Zeiten durchgeben, die dann vor Ort den Leuten über Mikrofone mitgeteilt werden oder sonst was, das wäre als Zuschauer so schnell. Und wenn ihr da Hilfe braucht, meldet euch. Ja. Dann helfen wir. Bei einem Livestream. Ja, genau. Nee, aber da sind wir auf jeden Fall. Ansonsten, nee, dann stehen ja schon die großen Rennen an. Ja, genau. Und jetzt sind wir sehr, sehr gespannt. Rot ist ja, glaube ich, super tief besetzt. Frankfurt auch. Oder breit. Die zwei Rennen. Breit wie tief. Breit wie tief. Und hoch. Und hoch. Ja gut, Frankfurt sind dann nochmal die drei Superstars. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, droht die Starterliste in den letzten Wochen gar nicht mal angeguckt, ob sich da was verändert hat, wer da jetzt genau final ist und wer nicht. Hast du gerade aufgestoßen? Ja, Entschuldigung. Obwohl ich kein Bier hatte. Ja, nee, das ist Mineralwasser. Ja, sehr viel Sprudel. Ja, also ich habe nur ein paar Namen gesehen, aber da muss man, ich glaube, David McNamee ist zum Beispiel am Start. Ich glaube, der Bart ist am Start. Und damit sind ja schon mal zwei vom letzten Podium. Boah, jetzt kriegst du mich wieder, ey. Sollten wir eigentlich wissen. Ich meine ja. Und doch, doch, doch. So ist es. Du meinst auf Hawaii? Ja. Ach so, jaja, das auf jeden Fall. Platz zwei und drei. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Ich dachte, du meinst vom letzten Jahr in Rot. Nee, 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 nee. Kurve gekriegt. Und nee, dann sind einige noch am Start, die das Rennen sehr, sehr schnell machen können. Und bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es da mal so eine, was ich ja mal geil finden würde, wenn da mal so fünf Jungs, die so ein Rennen mal sehr, sehr lange anführen. Das fände ich mal nicht schlecht, wenn das mal passieren würde. Ja, so ein bisschen, dass es, also ich meine, es wird ja schon immer enger, das Ding, auf den, auf den Distanzen. Aber klar, dass es mal so einen richtigen Laufbattle gibt. Also fünf Leute, wie damals in Melbourne oder wo das war, 2011, 12, wo der Mann das war, da sind so fünf Jungs, Craig Alexander, Enikolanos, wie heißt der Neuseeländer, der immer noch's macht, der mittlerweile fünf, vier, sechs. Cameron Work. Nee. Cameron auch, ja. Ich weiß auch nicht mehr. Und so weiter. Ich glaube, da waren noch so zwei. Da sind sie zu viert, zu fünft auf die Strecke gegangen. Ich fände den Namen nicht einschätzen. Nee, mir auch nicht. Das ist echt peinlich. Die Triathlon-Experten hier. Wir sind ja keine Experten. Deswegen heißt es ja auch Triathlon-Gelaber. Wir reden rund ums Thema Triathlon, aber haben eigentlich keine Ahnung. Ja, die Szene könnt ihr überall nachlesen. Ja, wollte ich sagen. Da sind wir auch nicht die Experten. Wir sind ja kein Magazin oder sonst was. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so viel darüber reden. Ach, schlimm ist das. Wen interessiert das überhaupt? So, haben wir die Stunde? Nee, noch lange nicht. Oh, danke für die Stunde. Oh, Mann, ey. Wir müssen uns noch ein paar, entweder machen wir einen kurzen Podcast. Ah, das reicht jetzt auch. Wir müssen uns noch ein paar Themen aus den Fingern saugen. Nee, nee, nee. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir dich irgendwie verhaften für irgendeine Challenge. Außer, dass du sagst, du machst einen Sprint-Triathlon. Ja, was soll ich machen? Da muss schon irgendein Ziel, also du musst schon irgendwie ankündigen, du willst den Sprint-Triathlon beim Köln-Triathlon gewinnen. Oh, der Rad. Klick, klack, klick. Dafür muss ich echt wieder schwimmen gehen, ne? Ja. Das wird aber schwer. Ja, ich hatte noch so viele Reisetage vor mir. Ein bisschen Open-Water-Swimming und so. Es ist der Sommer, es ist der Warm, das kannst du überall. Gewinnen? Oh, nee, das ist, also, nee, nee, nee. Ja, nur versuchen. Ja, natürlich versuche ich zu gewinnen. Das versuche ich immer. Ja, aber. Das ist ja logisch. I'm here to win. Irgendwie Chris McCormick. Wer startet denn da wohl? Ey, gibt immer so ein paar Jungs. Hast du mal geguckt, wie schnell... Also, letztes Jahr war da irgend so ein Australier, der hat das richtig geil gemacht. Der hat einfach so ein Frontrunner-Ding draus gemacht. Der ist schnell geschwommen, hat auf die Kiste gesetzt, hat ein Rennrad mit einem kleinen Aufflieger, glaube ich, oder noch nicht mal. Geil. Und ist einfach davor geballert. Und da war hinterher so eine Gruppe mit fünf Mann. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach behaupten, was ich gesehen habe, das war Lutschen auf Aero-Rädern und so weiter. Ich glaube, die sind nicht rangekommen. Oder ganz am Ende erst. Und dann hat er sie abgelaufen wieder. Das ist natürlich stark. Ja, also so versuche ich es auch. Okay, Frontrunner, Frontswimmer und Frontbiker. Wenn so ein australischer Fisch da ist, dann wird es schwer. Ja, okay, das lassen wir jetzt mal ausgeklammert. Ich glaube nicht, dass ich das Potenzial dieses Jahr habe, das Rennen da vorne zu machen. Aber ich versuche es. Ich muss dich jetzt auf irgendwas festnageln. Was sind denn die Distanzen da? 700, glaube ich. Also die Smart-Distanze. Das ist ja keine klassische Sprint. 700, dann die Radstrecke, die variiert ja immer. Sollen wir mal schnell googeln? Ich glaube 24 oder 28 und dann 7 Kilometer laufen. Die 7 sind ja immer fix. Einmal um die Füli. Die sind fix, ja. Die Strecke kann ja auch nicht laufen. Der Füli ist für mich nicht gut. Ist auch falsch rum. Man muss rechts rum. Ich kann nur links rum. Ja, also bist du dich schon mal gestartet, die Sprintdistanz da? Ja. Was für eine Zeit? Wir müssen irgendwas festmachen hier. Bin ich da ein oder zweimal gestartet? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube nur einmal. Das war mein zweiter richtiger Triathlon. Also ich könnte ja versuchen, diese Zeit zu toppen. Ja, das wäre einfach. Das war 2006. Also ich habe 726,7. Das ist natürlich auch so eine Strecke, die nicht vergleichbar ist von Zeiten her mit irgendwas anderem. Wir bereiten das mal für den 3-Stunden-Podcast nochmal richtig vor. Ja, wir bereiten das nochmal vor. Also ich schneller schwimmen tue ich auf jeden Fall. Schneller Radfahren glaube ich auch. Laufen, weiß ich nicht. Hängt davon ab, was die Sehnen sagen. Und dann müssen wir eigentlich ja noch für dich einen Smart-Distance-Trainingsplan machen, dass wir die Leute so ein bisschen mitnehmen und ihnen zeigen, was du dann trainierst. Oder ist das Problem? Du kriegst es nicht durch wegen den Reisetagen. Ja, also ich habe jetzt glaube ich noch, bis dahin bin ich glaube ich noch einen Monat insgesamt unterwegs. Das wird schwierig. Außerdem kann ich, ich kann ja gar nicht strukturiert momentan trainieren. Aber was ich mache, also ich kann euch ja so ein bisschen mitnehmen, einfach über Instagram, was ich mache. Okay, wir machen das über Instagram. Und wir überlegen uns noch irgendeinen... Wie schüttet man mit einmal pro Woche unter 5 Minuten über 400 Meter Kraul? Das ist ein bisschen arschig, aber... Das würde ich sehen. Ne, das schaffe ich. Oh, da haben wir schon mal das Erste. Gut, gut, gut. Da habe ich das Erste rausgeleiert hier. Kurzbahn, ne? Ja, ja, Kurzbahn. Ja, dann schaue ich es jetzt schon. In Köln hier, ne? In der Spohodi-Kurzbahn, ne? Die 50 Meter Kurzbahn war nicht. Die 50 Meter Kurzbahn? Ne, ne, ne. Also 50? Ich dachte Open Water ohne Neo. Ja, wie willst du denn da 400 Meter? Ja, fühle ich. Ist abgemessen. Ach so. Ah, das wird schwer. Ich kann ja gut wenden. Kurz würde ich mir... Abstoßen würde ich... Aber das ist nicht gut für dich, weil da machst du wieder Achillessehne kaputt, weil du nicht so ein Abstoß stößt. Der Impact ist nicht so hoch. Ja, wir bereiten uns auf jeden Fall besser vor, was du da machst. Ja, wir haben ja gesagt, für nächstes Jahr werden wir... Also das Problem ist ja, wie ihr ja immer merkt, ist, wir haben relativ wenig Zeit. Wir machen das alles nebenher, habe ich schon öfters gesagt. Wollen wir uns auch gar nicht darüber beschweren, weil wir finden es doch trotzdem mega geil. Irgendwann richten wir ein Spendenkonto ein, wo ihr spenden könnt und dann kündigen wir einfach alles andere und machen nur noch jeden Tag einen Podcast. Genau. Und zwei Videos. Ja. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall strukturierte Sprintdistanzpläne auch nochmal geben und olympische Distanz. Dieses Jahr, ich meine, die Saison geht ja schon, wir sind ja schon mittendrin, das lohnt auch nicht mehr. Aber wenn, dann wollen wir es ja vernünftig machen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir super geile Pläne mit dem Dahn geschrieben. Definitiv. Gerade für mittel- und langen Distanz. Das sieht man ja jetzt, was da rauskommt. Und auch da, das wollte ich eben nochmal sagen, da kam mir am Anfang auch mal so, ja, reicht das denn aus? Von den Stunden her. Ja, das ist aber komisch und das ist aber anders. Aber was ich dann echt gut finde, ist, dass die Leute sich darauf eingelassen haben und jetzt merken, ah, okay. Es ist ja auch so, ich meine, das ist ja immer so ein alter Spruch mittlerweile hier, die Definition von Wahnsinn ist, alles gleich zu machen oder alles zu wiederholen, gleich zu wiederholen und andere Ergebnisse zu erwarten. Und ihr müsst halt auch mal was anders machen, damit andere Ergebnisse rauskommen. Und wenn ihr diese Offenheit habt und euch darauf einlasst, ich glaube, dann hat er schon sehr viel gewonnen, weil dann wird sich ja was verändern. Und da sind wir auch echt happy, dass ihr euch da so drauf eingelassen habt und dass die Pläne dann jetzt auch so funktionieren. Definitiv. Also, ja, da kommt noch mehr. Wir abschließend, würde ich jetzt nochmal schnell sagen, das war jetzt ja hier so ein bisschen der erste Podcast mal wieder, dass ihr einfach ein Lebenszeichen wieder von uns bekommt und mal wieder ein Update, was denn so geplant ist. Ihr merkt, wir haben so ein bisschen im Hintergrund ein paar Sachen, die wir umstrukturieren wollen oder müssen auch für uns zeitmäßig, wie wir was hinbekommen, wie wir was machen können, um euch einfach weiter geilen Inhalt, der auch jetzt nicht irgendwie, wie machen, einfach das nächste Video, nur um ein Video zu machen, irgendwie was liefern können und, ja, das heißt, ab nächste Woche oder wann kommen die nächsten Videos wieder? Ja, Ende der Woche drehen wir, ne? Ja, Ende der Woche drehen wir. Ja, das heißt, irgendwann ab Montag, Dienstag, Mittwoch, eher Montag als Mittwoch, versorgen wir euch auch wieder mit Videos und dann könnt ihr euch schon mal auf wirklich ein paar geile Sachen wieder freuen und dann sind wir auch wieder mehr vorbereitet. Genau. Bis dahin. Tschö. Tschö. Ciao. Ciao.